Es war schon 11 Uhr und Robert hatte langsam wirklich Hunger. Der Kaffee stand schon seit etwa einer halben Stunde vor ihm und der Duft verflog allmählich. So wie die Hoffnung Roberts, Marie würde doch noch zum Frühstück auftauchen. Er hatte ihr am Freitag eine Textnachricht geschrieben. Anzurufen hatte er sich nicht getraut, aber er wollte sich mit ihr zum Frühstück verabreden. Er wollte das Beste aus seiner Situation machen. Wenn eine Tür zugeht, geht woanders eine neue auf, sagte ein früherer Freund immer zu ihm, wenn dieser den Job wechselte. Robert war da nicht zu erfahren. Er war eher der konstante Typ. Das wollte er auch Marie erzählen und vielleicht ein wenig Mitleid von ihr erhaschen. Bislang hatte die Masche immer gut funktioniert. Naja, was heißt hier Masche und was heißt immer? Er erinnerte sich an die Zeit, als er die Ausbildung zum Steuerfachangestellten nach der Zwischenprüfung abgebrochen hatte. Er hatte es einfach nicht mehr ausgehalten. Dieses öde, langweilige Buchhalter-Dasein sollte ein Ende haben, noch bevor es angefangen hatte. Er wollte kein Sklave der Gesellschaft sein. Er wollte was erleben. Er wollte sein Leben leben. Dennoch fühlte er sich leer, kaputt und niedergeschlagen, so als hätte er den Kampf gegen die Ausbildung verloren, ohne den um die Freiheit gewonnen zu haben. Damals hatte er das erste Mal auf der Mitleidschiene eine Mitreisende gefunden. Anna war auf dieselbe Berufsschule gegangen und hatte seinen glühenden Ausführungen zu den nun für ihn offen stehenden Türen zugehört. Dachte er heute darüber nach, stellte er fest, sein Blick war wohl etwas verklärt gewesen. Genau genommen war sie ihm tagelang aus dem Weg gegangen und erst, als er das Praktikum beim NDR angenommen hatte, hörte sie seinen Ausführungen über das Leben inmitten kleinerer oder größerer Persönlichkeiten zu. Da hatte er ihre Aufmerksamkeit gewonnen, nur leider nicht ihr Herz. Das hatte sie inzwischen an einen anderen Mitschüler verschenkt, an den, der immer gesagt hatte, wenn eine Tür zugeht, geht woanders eine neue auf. Vielleicht würde Maries Tür ja aufgehen, hatte Robert gehofft. Aber schon, als sie ihm erst recht spät auf seine Nachricht geantwortet und ihn auf irgendeinen Tag nach dem Wochenende vertröstet hatte, war ihm eigentlich klar, dass diese Tür geschlossen bleiben würde. Er hätte danach nicht schreiben sollen, was ihm passiert war. Aber hatte er aber. Er war ja auch nicht mehr ganz nüchtern gewesen. Aber hatte er wirklich geglaubt, sie würde seine Einladung zum Frühstück an einem Dienstagvormittag annehmen? Immerhin hatte er das romantischste Café in Eimsbüttel ausgesucht, das er kannte. Ja, er hatte daran geglaubt. Sonst würde er jetzt nicht hier sitzen. Robert dachte an die Zeit zurück, als sich aus dem Praktikum eine Ausbildung ergeben hatte, doch das dritte Ausbildungsjahr wurde für ihn zu einer Katastrophe. Alles, was er sich für sein Leben vorgenommen hatte, zog an ihm vorbei, ohne ihn mitzunehmen. Dieses Jahr war die pure Langeweile. Zwar hatte er ein paar Kollegen kennengelernt und ein paar Freundschaften in seiner neuen Heimat gefunden, aber waren das echte Freunde. Er war in Eckernförde groß geworden. In direkter Nachbarschaft zum Strand. Da hatte er Freunde gehabt. Freunde, mit denen er die Nachmittagsstunden schuleschwänzend am Strand verbracht hatte. Meistens hatten sie Skat gespielt. Das machte man in seinem norddeutschen Umfeld so, egal wo. Ob bei sich zu Hause, bei Freunden zu Hause, mit Freunden im Urlaub oder eben am Strand. Aber immer mit Freunden. Geht auch nicht anders. Zum Skat braucht man mindestens drei Leute. Gut, das geht auch zu zweit. Das nennt man dann Bauernskat. Aber das ist so, wie Kujanis Katzi in Schwarz-Weiß zu sehen oder die Quadrophenia von The Who in Mono zu hören. Sie waren damals eine eingeschworene Gemeinschaft. Sie hatten die ersten Drinks zu sich genommen, die ersten Zigaretten geraucht und sich wilde Pläne für die Zukunft gemacht. Sie hatten eine Band gegründet, welche »Die Drei Asse« hieß und hatten Skatpunk gespielt. Zumindest hatten sie es so genannt. Was es wirklich war, weiß heute keiner mehr so genau. Vermutlich war es eher eine Art Country auf im Offbeat gespielten Akustik-Gitarren. Sie hatten angefangen, ein Konzeptalbum über die Stadt Altenburg zu schreiben. Dort war das Skatspiel erfunden worden. Die Platte sollte »Ich hab da noch was im Ärmel« heißen. Aber keiner von ihnen war je in Altenburg gewesen und außerdem kam dann das Abitur dazwischen. Dennoch kam ihm dieser kurze Ausflug in Country-Gefilde zugute, als er die Kollegen vom Rundfunk näher kennenlernen sollte. Er hatte von »Die Drei Asse« erzählt und da einige von ihnen auch aus Norddeutschland kamen, traf man sich das ein oder andere Mal zum Skatspielen und Country-Hören. Mehr war von den neuen Freunden nicht zu erwarten. Aber Robert richtete sich in seinem Leben ein, er kam damit zurecht. Als dann jedoch die Lehre zu Ende war, wurde er nicht vom NDR übernommen. Das war eher ungewöhnlich, hatte aber vermutlich damit zu tun, dass Robert, wenn er nicht Skat spielte und trank, alleine ins Karlsons ging und dort trank. Und dann гораздо höher ist, dass wir dazwischen im Hinvuor queg esquạnh. Untertitelung des ZDF, 2020